Hallo, wir sind hier in Österreich, bei Lechbizurz am Skitest für Outdoor Guide. Die letzten vier Tage hatten wir beste Bedingungen, um die 37 Ski von 19 Marken zu testen. Acht Personen testen die Ski in allen Bedingungen von Tour, All Mountain, Freeride und Freitouring. Mittels einem Testbogen werden die Eindrücke am Abend verglichen. Da geht es weniger um gut oder schlecht, sondern eher um die einzigartige Charakteristik vom einzelnen Ski. Der Test ist bald online zu sehen oder natürlich auch im neuen Heft.